Ja, so kannst du dich auf alle Fälle dann die Tage mit ihm beschäftigen und er wird dir folgsam zuhören, auch wenn er selbst ein Seelenkundler ist, aber durch die Bilder, die du in seinen Kopf produziert hast, die einiges in ihm ausgelöst haben. Er hat die Dämonenarchen gesehen, das blutende Wasser, Borbarad Xamonoth, wie er das allererste Mal Aventurien dann betrat, gemeinsam mit seiner Streitmacht, niemand wusste, dass sie kommen und plötzlich fiel ganz Tobri an einer Schwärze anheim, die bis heute andauert. Ja, ich nehme mir dann auch wirklich ausführlich Zeit, um ihn eben auf den Weg zu bringen, von dem ich denke, dass er hilfreich für ihn ist. Gut, das wäre es auch eigentlich schon, was ich machen würde. Isarun. Ich möchte gerne zur Marder Basari gehen und oder der Feckskirche und dort Informationen über einige der Leute einholen, die uns Borix in Phasar genannt hatte. Mal schauen, was ich da rausfinde, ob wir da irgendwelche Ansatzpunkte finden können. Ja, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Ja, die sollte gelungen sein. Die Feckskirche nickt, hört sich die Namen an und verweist dich dann weiter an eine Person, die du schon kennst und die wohl gerade mit Boltax zu tun hat. Denn Rezovic selber kommt aus Mendena und war wohl auch schon einige Zeit dort. Die Feckskirche verrät hier, dass Rezovic wohl vor, als es die KGIA noch gab, er selbst Mitglied der KGA war und als Spion nicht nur an Bord der Seeadler gedient hat, sondern eben auch in Mendena. Das sind die Informationen, die du von der Marder Basari bekommst. Natürlich stillschweigend in einem kleinen Kämmerchen, nachdem du zwei, drei Dukaten rüber geschoben hast und sie dir das Stillschweigen abgenommen haben. Mhm, gut. Dann werde ich mich ja noch nicht auf den Weg zur Seeadler machen, denn das hat noch Zeit. Gut, also wolltest du das nicht in den Tagen machen, sondern dann, wenn ihr gemeinsam alles habt in Bordzeit? Ja, ich glaube, das ist schöner, wenn wir dann alle dabei sind. Okay. Noch irgendwas? Hm, nö. Ein bisschen in der Stadt umherwandern, sich die Sachen angucken. Vielleicht kann ich sogar das Modell der Wandelssterne mir angucken. Das ist allerdings im Palastbezirk. Mal gucken. Aber ansonsten nur Reisevorbereitungen treffen, die Alchemiker abholen, das hatten wir ja noch gesagt. Und, äh, ja. Das war's eigentlich. Gut. Dann merken wir uns mal das Gespräch mit Resorik. Rafim wird tätowiert. Hast du sonst was anderes vor, Rafim? Äh, natürlich. Einerseits würde ich mich erstmal bei Zulamin bedanken, wenn ich mir mein Tattoo dann anschaue, weil ich bin ja ziemlich begeistert. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Wenn ich mal was für euch tun kann, sagt mir Bescheid. Ihr seid doch schon, ihr seid doch schon für mich ins Wasser gesprungen und das sogar zweimal. Och, ich tue alles für euch, das wisst ihr doch. So. Müsst ihr noch irgendwas erledigen? Hm, nicht wirklich. Vielleicht noch ein wenig meditieren. Aber, für heute reicht das eigentlich. Ja, wunderbar. Ich meditiere mit euch. Dann würde ich den Tag dann noch meditieren und am zweiten Tag würde ich Fleisch kaufen. Für mich und den Bären. Ja. Mira freut sich. Ja. Ja, dann wird's. Ein paar Stunden damit zu bringen, denke ich, durch seine Lieblingstempel, also Pryos Rondra und vermutlich pflichtbewussterweise Effer zu tingeln. Irgendwie sich in Segen der Götter zu erflehen. Und ich denke, er wird viel Zeit noch damit verbringen, im Schmiedeviertel bei ihrer Alasim Modell stehen zu müssen, die vermutlich nur am Zetern sein wird, wenn er ihr erklärt, dass er seine zwei Tage ablegt und das Zeugfest einfertig sein muss. Sie würde dich zwingen, selber an die Schmiede zu treten, an die heiße Esse und an den Amboss. Oh, Pryos, hilf mir. Hast du Grobschmied? Ich habe Grobschmied. Würfel. Ich möchte mir rakeln. Pryos, hilf mir. Neutrales, ne? Wie bitte? Neutrales Miracle. Es ist ein Neutrales, also Erschwert um sieben. Ich glaube, es gibt keine sonstigen Modifikationen. Dann habe ich jetzt so 8, halbiert 4 plus 5. Ich kann rechnen, dass wir so ein neuner Erschwörnis, Erleichterung, das ist gut, das bringt mich auf den insgesamten Wert von 10. Ich habe mich nur aktiviert. Was ist meine Handwerks-Talette? Ich gebe mir einfach eine neuner Erleichterung und wir gucken dann, dass er hier auf die Dinge auch machen will. Okay, dann habe ich sieben Ständchen über. Gut, ja, so kannst du ihr zur Hand gehen und deine Schürze, deine neue Rüstung wird dann rechtzeitig fertig. Natürlich ist dir auch klar, dass es ohne deine Hilfe fertig geworden ist, aber sie sieht es nicht ein, dass sie für dich schmiedet, während du einfach nur auf einem Stuhl daneben sitzt oder irgendwie im Modell steht. Natürlich sind auch um sie herum viele weitere andere Lehrlinge von ihr, auch ausgebildete Meister, die dann aus ganz Aventurien zu ihr getingelt sind, hat sie doch das Schmiedehandwerk genauso vollendet gelernt wie Thorn Eisinger und viele andere Leute, die bei ihr lernen wollen. Aber auch so kommst du in den Genuss von ihr als Lehrmeisterin. Ich glaube, wenn er fertig ist, wird er sich ins Geheim wünschen, er könnte hierbleiben. Wahrscheinlich schon. Du merkst diesen Hass, den sie gegen dich hegt, aber trotzdem, das ist so eine Hassliebe zwischen euch beiden. Aber die See ruft. Aber die See ruft. Zwei Tage später steht ihr an Bord der Seeadler, habt eine eigene kleine Kajüte bekommen, während die anderen teilweise zusammengezogen sind. Wobei auch Trismagena und Resovic gemeinsam mit euch in der Kajüte schlafen. Ihr wurdet wohl auch nicht ganz eingeteilt in so etwas wie ein Mannschafts- oder Dienstplan. Aber auch wenn die Kajüte klein ist, so kann man doch dann die Liegen auch unter die Decke hängen. Das ist ja das Schöne bei einem Schiff. In den zwei Tagen sind auch zahlreiche neue Matrosen dazu gekommen, Halbmatrosen, Lehrlinge, Ruderer, die allesamt eurem Ruf als Helden gefolgt sind. Und dann dementsprechend nach einer Einsegnung bei Resovic Sturmtaucher das Schiff voll machen. So steht ihr an Bord der Reling, könnt dann auf die gespannten Segel blicken, die Leute legen ab, Planken werden eingezogen, Männer und Frauen, die in den Banden stehen. Es wird geführt und Fahrt aufgenommen. Kapitän Sarnin lässt es sich nicht nehmen, steht selber oben, während Wieborn weiter unten rudert, gemeinsam mit den anderen Focksegel, die aufgezogen werden. Und das Schiff, was in den Wind gedreht wird. Und dann mit einigem Winken von den anderen Kundchomern, die dann noch einige Sachen mitgegeben haben. Melonen, die dann eben kostenlos mitgegeben worden sind, weil die Seeadler ist ein Heldenschiff. Ihr seid Helden. Und so haben dann noch einige tüchtige Händler euch dann selber etwas mitgegeben. Vorräten, auch wenn es nicht so viel ist und nicht so lange reicht, aber man kann dann zumindest behaupten, dass man die Helden versorgt hat. Und dann hofft man, dass einfach auch die anderen Kundchomer bei ihnen kaufen, nachdem man euch dann mit Melonen und was auch immer das Herz begehrt versorgt hat. Ravim bekommt natürlich Fleisch und so steht ihr an Bord der Seeadler. Der Wind weht euch um die Nase, ihr könnt unter euch das salzige Decke riechen. Die Gefilde, es ist unglaublich tropisch, unerträglich heiß fast, wenn ihr dann auf die Sonne starrt. Irgendwo vor euch muss dann der maraskanische Sumpf liegen, der Strudel, beziehungsweise die nie entwollende Sturmfront, an der schon so viele Schiffe versunken worden sind. Die Schlangeninsel, das giftige Land der Tudamiten. Und so könnt ihr an der Yelayatschen Halbinsel vorbeisegeln, während ihr euch den Wind um die Nase blasen lasst. Was wollt ihr tun? Ich muss erstmal sammeln, äh, mich an. Nun, wir sind also auf dem Weg. Ich hoffe mal, das wäre dann eine relativ ruhige Woche, denke ich. Bis wir an der Insel ankommen. Ich habe nachgedacht. Ich denke, es ist wohl das Beste, wenn wir alle versuchen, dem jungen Freisaub ein wenig, sagen wir, beizubringen. Es ist wohl nichts geworden, wenn er sich gar nicht verteidigen kann. Das war meine Idee von Anfang an. Ja, das wollte Bulldogs so machen. Ich denke, wir teilen uns so auf, dass immer mindestens einer von uns eben irgendetwas beibringt, wenn er nicht gerade anders beschäftigt ist. Und dass idealerweise auch immer mindestens einer von uns an Deck ist, einfach nur, um ein wenig Präsenz zu zeigen. Und unterrechne man, der lässt uns dann auch einige Dinge zu tun, Bulldogs. Wir müssen einige Übungen machen. Oh gut. War nicht wieder schwimmen, oder? Nein, nicht wieder schwimmen, nur, wenn wir nochmal in dena reingehen und du weißt schon. Die üblichen Vorbereitungen. Was das angeht, zu dem wir sollten auch alle zusammen die, ich will nicht Verkleidung sagen, Kostüme durchprobieren, sehen, dass alles passt, ob noch irgendwas geschneidert werden muss. Ich denke, das ist wichtig. Wir werden uns auch mit anderen Namen ansprechen, oder? Vermutlich. Ich meine, nennt mich einfach wieder Goldhand. Ich denke, das funktioniert. Das ist so schwer. Ich vergesse das immer. Deswegen werden wir einige Übungen machen. Ah. Wir sollten auch noch mit Riesowik sprechen. Er wurde mir genannt als jemand, der viel über Mendena weiß. Und er könnte uns vielleicht mehr zu den Namen erzählen, die Borek uns genannt hat. Ja, und über den Hafen an sich. Aber wir sollten Vorsicht halten lassen. Ich denke nicht, dass er es jemals gut verwenden wird, seinen Tempel verloren zu haben. Oh ja, das war sehr schlimm für ihn. Wir haben sehr lange darüber geredet. Er hat mir sehr plastisch erzählt, wie die Vorbereitungen, wenn Mendena angegriffen hat und wie die Dämonen aus dem Wasser gekrochen sind. Und, naja, bespreche ihn vielleicht in den nächsten Tagen nicht unbedingt auf seine Vergangenheit an. Wir sind gerade dabei, das aufzuarbeiten. Dann warten wir mit dieser speziellen Befragung vielleicht, bis wir den jungen Freisauer abgesetzt haben. Und von da aus wäre es ja noch einen halben Tag, glaube ich, bis nach Feuerhafen. Das klingt unnötig. Vielleicht wird sich sein Gemüt etwas beruhigen, wenn er... Ich weiß nicht, wie Sahne das sehen wird, aber wenn er ein paar Schritte auf der Insel tun kann. Wir werden sehen. Dann werde ich ihn nur aufsuchen, um ihm zu sagen, dass ich seine Entschuldigung annehme. Vielleicht baut ihm das etwas auf. Und ich denke, dann hat jeder etwas zu tun. Aber mir wolltet ihr nicht Bücher besorgen? Was? Wie? Was für Bücher? Er wollte denn in die Bibliothek und Bücher holen, aber ich... Oh ja! Ich habe sie gesammelt in meinem Kopf, natürlich. Die deutlich überlegene Variante. Erzählt das nicht, Lido Korake? Äh, wieso? Ja, hoch an die Bramsäge, setzt jeden Zoll! Ja, nicht, dass er in seine Bibliothek stecken möchte. Ach, nein, ich denke nicht. Dieses Buch, wie man Menschen kocht, also... Das ist, glaube ich, ein Scherzartikel. Ich weiß, dass Ragnar ein Buch hat und er es uns nie zeigen wollte. Ich dachte, das wäre ja ein Tagebuch oder seine Notizen für den anatomischen Boten. Nein, es war ein Kochbuch. Wohl kaum und wirklich ein Kochbuch darüber, wie man Menschen kocht. Deswegen sagte ich ja, ist es vermutlich ein Scherz. Ja. Hoffentlich. Und wenn wir jemals wieder an Land sind, vielleicht kann Boltax ja bei seinem grau gewachsenen Freund ein wenig. Er ist nicht wirklich grau. Das ist nur der Name, den wir ihm gegeben haben, beziehungsweise den ihr ihm gegeben habt. Seinen ganzen Namen und seine Vollkommenheit auszusprechen, das würde Wochen dauern. Punkt ist, vielleicht kriegt er unerwarteterweise irgendwie das Buch zurück. Oh, ich bin sicher, alles, was immer erreicht des grauen Mannes landet, darüber kann er verfügen. Oh, ich weiß nicht. Es ist ein Buch und es ist im Wasser gelandet. Ich glaube, auch er kann es nicht einfach wieder zusammensetzen, wenn es kaputt ist. Es ist in seinem Wasser gelandet. Das ist ein großer Unterschied. Aber das ist etwas, worum wir uns eines fernen Tages bemühen können. Nun gut, was auch immer ihr zu tun habt, erledigt das Wichtigste zuerst. Ich denke, bis Elbow rum werden wir relativ ruhig vorangehen können, aber danach könnte es unbequem werden. Teilen wir die Wachen jetzt ein oder später? Wachen? Ich dachte, wir bringen dem Jungen etwas bei. Wie gesagt, ich hätte immer gerne einen oben an Deck zwischen der Mannschaft alleine, um ihn zu zeigen, dass wir auch da sind. Ah. Ich werde einfach anfangen und wenn ich zurückkomme, grafe ich mir Boltag, sondern können wir ein paar Sachen machen. Alles klar. Na gut. Ja, und so geht es los. Ja, ihr steht gerade eine halbe Stunde an Deck, irgendjemand von euch, wahrscheinlich steht Iserun gerade und da hält sich mit Riss Magena. Da kommt dann ein Vollmetrosa auf euch zu, schwarzer Hautfarbe, der dann ein großes Set an Karten dabei hat. Entschuldigen Sie, Frau Magister, ich wollte dich stören, Frau Lein, Frau Lein Iserun. Äh, ja, bitte? Ich bin Orvinio, könnt ihr diese Karten unterschreiben, bitte? Ähm, wieso denn unterschreiben? Nützt meine Unterschrift irgendetwas? Ja, 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 dann steigen Sie im Wert. Wirklich? Du guckst die Karten an, du dachtest eben, es wäre ein Innenrad Deck, aber es sind wohl Sammelkarten mit Bildern von euch. Was, das bin ja ich? Woher habt ihr die denn? Aus Kutium gekauft. Ach, das ist ja was ganz Neues. Die wurden von Elda in Gorbaz gezeichnet. Natürlich, ich erkenne seinen Pinselstrich. Ach, da. Aha, das ist ja interessant. Er fächert die Karten auf, wie gesagt, vom Format her wären es innerer Karten, aber es sind wohl Sammelkarten von all den Helden, die Aventurien so zu bieten hat und ihr seid da wohl auch mit dabei. Okay, du kannst wohl andere noch erkennen von Raidri Konchubahir und einigen Hawena-Recken. Du kannst auch noch eine Unterschrift von Ratharel Zahn darauf entdecken, auf seiner eigenen Karte, der wohl ebenso ein eigenes Porträt darauf hat. Und wie gesagt, ihr seid wohl auch mit dabei. Ja, dann gib mal her, die Karte, dann unterschreibe ich die. Sollen die anderen auch unterschreiben? Ja, gerne, dann steigen die halt noch mehr im Wert, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen. Ich wollte euch auch nicht gestört, aber ich habe so gesehen, wie ihr dann hier mit der Fräulein Trismagena gesprochen habt und dann, hoffe ich, das ist in Ordnung, dass ich euch nicht gestört habe bei Magie-Sachen. Nein, nein, im Moment geht das wohl. Abelmiel, Sulamin, kommt mal her. Äh, was ist jetzt schon wieder? Hey, Satjana, komm mal ran. Ramingerts, Tchala, Arino, komm mal. Ja, dann könnt ihr sehen, wie wohl von den Masten, ähm, 1, 2, 3, 10 Leute runtersteigen, allesamt wildes Eile und dann allesamt holen sie ihre Karten aus dem Beutelchen raus und fächern die auf. Die haben gesagt, sie unterschreiben. Ja, schaut euch das mal an, das sind so eine Art Sammelkärtchen oder so. Bruder, seid ja ihr drauf, Isarun. Äh, ja, Eltern hat sie wohl gemalt. Was, alle? Äh, ja, es ist wohl eine ganze Reihe. Ich weiß auch nicht so recht, was ich darüber denken soll, aber es scheint ihn glücklich zu machen, wenn man eine Unterschrift draufsetzt. Ja, wenn Abel mir rantritt, äh, du kannst wohl erkennen, die sind vielleicht von Eldern Gorbaz gemalt, äh, aber sie sind gedruckt, also das sind, äh, Kultioma-Druckwerke, ähm, das sind, ja, ich weiß nicht, da gibt's dann vielleicht, vielleicht 100 Stück von, von diesen Karten, vielleicht mehr, 500, aber es sind eben, äh, nicht alle handgezeichnet, sondern eben Kultioma-Kopien. Ich halte mal ins Licht, drehe so ein bisschen, ob die, äh, die, äh, Siebdrucksverfahren, also was dieses Verfahrensverfahren angewandt wurde. Ja, Würfel mal Feinmechanik. Oder Stoffe färben. Oder Drucker. Gibt es nicht einen Handwerk Drucker? Ja. Ja. Boah. 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 Das, äh, ja, das ist, äh, Kultioma-Druck, vor allem wohl, na, das ist nicht Kultiom, äh, du weißt, dass es ein Zorgan, eine Druckerpresse gibt, und da sind die wohl her. Hm. Aber das Papier kommt aus Kultioma. Handgegärbt. Interessante Technik. Seht ihr hier dieses Wasserzeichen? Es scheint wohl aus Zorgan zu stammen, aber das Papier, es fühlt sich anders an. Wo soll ich unterschreiben? Äh, auf eurer Karte, bitte, mein Herr. Nun, ich bräuchte einen Stift, natürlich. Ja, man reicht ja in Kohle Stift, und du kannst wohl erkennen, dass du da noch eine graue Ruhe trägst, keine schwarze. Äh, ich kram mal meinen Rucksack, weil ich auch meinen Rucksack bei mir habe oder nicht, äh, ich probiere mal, wie war mal, äh, ein Tintenfässchen rauszukramen und eine Gänsefeder und, äh, äh. Und dann der Robe schwarz zu malen. Nein, nie. Natürlich in einer Kunstvollen Handschrift, meine meinen, dieses Werk zu signieren. Und, äh, alle weiteren, die mir gereicht werden. Ja, wie gesagt, nach und nach zehn Stück, äh, immer samt auf graue Robe, ähm, ist natürlich ein bisschen veraltet, aber, naja, gut. Und, äh, auch wenn die nach deinem Sieg über Rassassort gedruckt worden sind, wirst du wohl immer noch mit grauer Robe abgebildet. Wahrscheinlich ist das Porträt von dir, von Eltern Gorbos einfach, äh, ja, veraltet. Ja, vielleicht kriegst du noch Special Edition. Ich glaube eher, er will's nicht wahrhaben. Die sind, die sind ausgebleicht, in der Sonne. Das sind die Originale, sozusagen. Ja, ich würde dann die Karte, also die Karte dann zurückgeben und dann, äh, ja. Nun gibt es noch etwas. Äh, nein, nein, das war alles, danke. Ja, währenddessen könnt ihr dem Bordleben beiwohnen, ähm, die Leute, die dann eben nicht in der Wache eingeteilt sind, wir werden Würfeln, Kartenspielen, Brettspielen, auch das eine oder andere Spiel, rote, weiße Kamele, ähm, was dann zwischen den Matrosen gespielt wird, vor allem diejenigen, die Thulamide sind, äh, diejenigen, die mittelreicherische Besatzung sind, werden dann wohl eher ein Garadan-Brett auspacken, äh, einige Leute, die schnitzen, andere, die auf Instrumenten spielen, vor allem Rammingerz, der da mit seiner kleinen Laute, äh, einige Lieder über euch schmettert, äh, von eurem epischen Sieg gegen, äh, Rassassort, den Unsterblichen. Er verdreht da wohl ein bisschen die Tatsachen, aber schmeichelt euch dennoch. Ähm, und, ja, so könnt ihr dem Leben an Bord der Seeadler folgen, ähm, einige neue, die dann auch eingearbeitet werden, vor allem von den Unteroffizieren, von den Moraloffizieren, ja, das eine oder andere Mal könnt ihr auch sehen, wie wohl vor allem ein Halbmatrose dann, ähm, fasst sich in den Seilen verhederten Jungspund mit seinen 15 Jahren, der dann von oben, äh, herunterknallt aufs Deck, sich ein Knie bricht und, äh, dann wieder wohl nach unten getragen wird, in Richtung der, äh, Ärzte, beziehungsweise der Sanitäter, die dann wohl irgendwo, äh, in der Werkstatt arbeiten müssen. Also das Leben nimmt seinen Lauf und so fahrt ihr an der, äh, Jalajatschen Halbinsel vorbei, äh, an Amarasch und Koruschk. Seht dann auf der rechten Seite vor allem dann auch den, den Maraskansund und seinen ewigen Sturm irgendwo an Helmport vorbei, an, äh, Hasfar vorbei und irgendwo könntet ihr dann erkennen, wie dann auf der linken Seite, äh, das, ähm, äh, oh, die Oronische Halbinsel auftaucht, bedrahten muss mit, äh, Tireliabat und letztendlich irgendwann auch Elvorum. Die Zeit vergeht und, ähm, nach einiger Zeit, ähm, ihr habt wohl auch schon des Nächsten geschlafen, ähm, Wachen, die selbstverständlich auch aufgestellt worden sind, äh, werdet ihr, gebt mir mal eine Sinnschefeprobe hören. Allesamt, ich gehe einfach mal immer davon aus, dass ihr, äh, in den gleichen Wachen, äh, aufgeteilt seid, auch wenn ihr dann irgendwie beliebig mit, ähm, Lido Kork und dem paar reine Geweihten, Hochgeweihten sprechen könnt. Bekommt der ein oder andere mit, aber mir ist wohl gerade beschäftigt, irgendwelche Karten zu unterzeichnen, irgendwelche Seekarten, äh, Jalen ist gerade bei Lido Kork und, äh, bringt, ähm, bringt, ähm, kleinen Freisoppos noch was Neues bei, äh, können die anderen mitbekommen, wie es wohl unter Deck in einer der Ecken, hab wohl gerade, äh, Vorräte aus der Küche geholt, um, äh, reine Suppenschale dann zu füllen, wie es da wohl einen kleinen Streit gibt von zwei Personen. Ich lausche mal. Äh, ne, wenn, wenn wir die Magie erst unter Deck kriegen, richtig Ärger, Mann. Wir, wir müssen das jetzt weitgeschaffen, einfach von Bord schmeißen. Okay, du hast wohl wahrscheinlich recht. Sonst, ich hab gehört, das macht süchtig. Ja, hab ich auch gehört, aber gerade jetzt hier vor Elberon, da kriegt man noch viel Neues. Oh Gott, mach, bring's nach oben. Ich möchte mich mal irgendwie hinter so eine Ecke drücken, dass ich nicht sofort gesehen werde, aber dann erkennen kann, wer da rauskommt und was die mit sich führen. Ja, würfel mal eine Sichtversteckenprobe. Im Schatten erleichtere ich sie dir um drei. Ah, okay. Ich hab schon geworfen. Ja. Sind drei Punkte mehr. Ne, sind's nicht, weil dann THW nicht überhört, aber wir wollen gegen den anderen. Und das ist die Sinsschärfeprobe. Ja, es ist wohl ein Matrose, Vollmatrose. Du bist dir nicht ganz sicher, wer das ist. Es sind halt so viele, könnte der Quartiermeister sein. Und ein anderer, seine dicke Narbe, die über sein Auge führt, ziemlich harte Muskeln. Und ein Papagei, den auf seiner Schulter trägt. Und geht dann an dir vorbei und hat wohl irgendwie eine rote Pflanze in der Hand, die er jetzt gerade zerdrückt, zerwühlt und dann in eine Tasche stofft. Hey da, was hast du da? Er spricht erstmal einen halben Satz zurück, greift an seinen Gürtel, so als Reflexhandlung, und er erkennt dich dann viel zu spät. Oh, was? Nix. Er hängt sich den Beutel an den Gürtel. Hm. Nix. Was war das für eine Pflanze? Was für eine... Ich hab... Was für den Papagei? Lügner, Lügner. Na, vielleicht sollten wir einmal... zu jemandem gehen, der sich mit Pflanzen besonders gut auskennt und mit Tieren. Ich glaube, Rafim kennt sich sehr gut mit dem Füttern von Tieren aus. Das verstehe ich nicht, aber... Was meint ihr denn jetzt damit? Naja, wenn das nichts ist, das ist ja schlecht. Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt. Äh, das ist Chili. Wollt ihr was probieren? Wie gehört? Nein. Das ist was Scharfes aus Maraskan. So, so. Mitkommen. Ich möchte mal gern die anderen aufsuchen. Haben meine feinen Ohren da machtsüchtig vernommen? Ich hoffe doch nur im allerbesten Sinne. Machtsüchtig? Ja, Zolamin sieht ihn sehr kritisch an. Ich bin nicht machtsüchtig. Ich bin nur ein Matrose. Ich hab keine Macht. Schreibt euch nicht dummer, als ihr seid. Ja, er blickt sich um seine Schulter. Er überlegt wohl gerade, ob er fliehen kann, aber er ist an Bord eines Schiffes und unter ihm ist die blutige See. Weiß einer von euch, was das ist? Äh, was? Zeig mal her. Ja, rotes Kraut. Sieht aus, ein bisschen wie Algen. Könnte man eine Pflanzenkunde probewürfeln? Kann ich auf Zechenwürfeln, ob ich das schon mal genommen habe? Äh, kannst du... Dafür müsstest du's nehmen, oder? Kannst du auf Zechenwürfeln. Vielleicht kenn ich das ja. Pflanzenkunde ist ein Wissens-Talent, das ich niemals steigern werde. Volltagserkennnis, Abelmeer-Kennnis. Zolamin hat das schon mal in einer Abbildung gesehen. In einem haltranischen, uronischen Buch. Aber du weißt nicht mehr, wie es hieß. Du weißt nur, dass es aus Oron kommt. Äh, den anderen ist klar, das ist Feuerschlick. Oh, Feuerschlick. Hm. Äh, ja. Ihr seid auch ein sauberer, oder? Wollt ihr's kaufen? Nein, das macht... Richtig. Hm, ja. Was wolltet ihr damit? Verkaufen. Wenn man nicht genug Selbstbeherrschung hat, wird man davon süchtig. Das ist richtig. Hm. Mir ist bekannt, dass man es in Uron verwendet hat. Wächst wohl dort? Vermutlich an der Küste. In Helbrom, ja. Wie Lady. Erognaden. Und überlegt einmal. Etwas, das an einer Küste wächst, in die die blutige See fließt. Kann das wirklich vorteilhaft für euren Körper sein? Na, ich nehm' das ja nicht. Ist ja nur für Magier. Und das wollt ihr verkaufen. An Magier. Kann das eventuell negativ für so einen Magier sein? So etwas zu konsumieren, was von der blutigen See getränkt worden ist? Na ja, wenn sie Abnehmer finden, klar. Also, mehr egal, was die Magier mit dem Körper machen. Ihr nehmt also belegend in Kauf, dass jemand wie, sagen wir mal, hm. Ja, ich nehmt auch nicht.